einen wunderschönen guten tag und kommen zurück zu unseren mittlerweile böhmischen staatenbund auch ein sehr interessanter name ich finde ich denke mal aber die letzte folge sein wahrscheinlich wenn wir uns mal frankreicher zuwenden ich bin mir nicht ganz sicher aber die wahrscheinlichkeit sieht ganz gut aus so was machen wir denn auch schön ich würde sagen wir haben unterwerfungskriegsrund gegen österreich was ich sehr geil finde weil die am balkan sind jetzt immer der hauptstadt und das ist eine ganz coole sache minimieren mit ein finde ich gut ein da hierherum dann werden wir eine kleine invasion starten ok er ist abgehauen war keine böcke darauf belagern teilen wir mal auf hier dass sie hier ist schon mal belagern kann schön ein bisschen so an in jens sparen bis dahin so ich hatte jetzt überlegt ob ich die erobern soll aber so ist mir das irgendwie lieber die geben doch hier so ein bisschen gut es ging schnell ist ja direkt gefallen da kann sich direkt dahin gehen so die keine moral okay und wieso hat 12.000 ok 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 wir sammeln so gefällt mir dass man die atmen reingehen aber muss man erstmal nicht machen das ok sind wir jetzt noch im krieg und ja da oben lüneburg kleine lüneburg mal schauen mal da hin zwölf haben sie gesagt drüben die rebellen hätte ich mal vorher rufen sollen wenn ich noch so ein paar wird man die man das haben wir uns hier mal und die gleiche überziehen die blöden dinge sind ein bisschen nervig aber sitzen machen so ist das nun mal zum belagern gut ja geht so so lala ist hier der general gestorben gut dass wir noch welche haben mit dem petto ist du mal hier runter und kümmern sich um die vollen dinge ist da die saal wird krank das ist ein zisar ach der anführer nee ok ist mir recht vielleicht wenn auch wenn die dich angreifen können dann hätten wir so ein bisschen was tun können ok mir stimmt das mal ein bisschen schneller mal jetzt hat hier den krieg erklärt ich kann doch schon ein bisschen was befreien würde ich sagen aha so das ging schnell aber hier kommen halt nicht rüber das ist das problem und das mal so bei lato ist durch ein träumchen wobei geht's ja mal hier ein arsch voll schiffen ist halt nicht so toll die säcke haben da oben einfach belagert wo sind ja der britte eigentlich keine truppen oder eigentlich aber die sind wahrscheinlich alle hier drüben ja ja das ist immer das problem mit den kolonialen hier drüben kriege führen dann haben die keine armee in europa da kannst du super leicht erobern im grunde ist echt so witzlos immer und ich war in die war ist sollte nicht gereicht schade sehr schade lagern wir das hier mal so trapozund oder ein täter genau das war in der zubel schön ist hier mit den rebellen eigentlich fünf jahre ne das dauert mir zu lang das dauert mir zu lang mal zurück ah jetzt war hier der Rest toll wieder verloren da oben das Zeug ich bin gespannt aber weil wie die dich was rausbekommen wollte ich sagen er hat ab so so irgendwie das wäre es natürlich kino ist durch sich und weiter geht es jetzt da aus ok er ist der stillgeblieben sollte jetzt kein problem sein direkt zu machen jetzt kommt so ist schon gerade noch eben fünf jahre ist so verarsche manchmal man 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 dann machen wir die mal weg bevor da die dinge versieren dann könnte es noch reingegend flandern was ach schütze ich wollte hier religionen wechseln bei den leuten das ist nicht wieder ein punkt ne äh der will nicht saurei äh die wollen auch nicht der Rest ist schon ne das ist eine falsche Anzeige drin glaube ich oder ne wieso wechseln die nicht die dinge äh äh das geht nicht da fühle ich mich verarscht ok nur vom press interesse daran erlegt zu blühen unbedingt immer die landfestungen die am besten lassen sich besser belagern lassen sich besser belagern gucken ah danke auch jetzt aber mutig hier ich komme dazu deswegen wahrscheinlich sagen aber da und allerdings kommt auch schon ok schaffe ich die ich hätte mir ein bisschen viel da war jemand hat da attacke ja macht sie fertig die komplette finde ich schon ganz leider nicht gehorcht da schade hier oben rein moment ach so linieburg ist dabei ne ok machen wir es so auch viel aber es sollte kein problem sein theoretisch aber noch mal ja er zieht äußerst aus schon einer zurückgezogen meinung ok so komisch nicht von da lang ach wieder vergessen hier den glauben den zu nehmen das ist sehr ärgerlich die noch mal gemacht ich habe hier ein schön britannien besetzt wo wir venedig vielleicht schon ausnehmen und nationen entlassen mal so ein bahn jens geht nicht aber ich viel 79 prozent annehmen müssen die zwar sind marzien ist viel zu groß okay ja es werden einige wohnen rakuza befreuen jetzt dann mal 10 jeder wird das andere gelöscht die anderen hier oben kann man nicht mehr auslassen gibt es nicht mehr schade man nehme ich auch noch so kleine dingens aber irgendwie die sind alle weg schon schade die war nämlich vor kurzem noch da hof und so was es gibt es nicht mehr bei freien wir noch rakuza geschwächt ein bisschen den dingens hoffe ich so schau mal muss man denn noch in die umweg laufen die sind geworfen schon wieder weg und hier zurück dann schauen wir gleich mal ist ja noch im krieg also sind andere regeln abandischen nationales so was schon gefallen ja bestimmt rausnehmen unter bärchen so dann hätte man da noch die fetten kunde sollten wir uns auch noch drum kümmern ach guck mal hier wer kommt da denn alles nicht abhauen hier guck mal hier ich glaube nicht wahr sein okay bleibt da stehen und tschüss ab nach vorne oder ja der Rest zumindest ist davon und so es hier ist genau jetzt mal den teil immer noch ja da würde ich gerne so komplett rausnehmen schützen aus passt okay dann na ist es wäre jetzt nicht gewesen schon ein bisschen weiterspielen aber so muss ich jedes Mal zurückpatchen da gab es doch schon probleme hier und da durch bei anderen gesehen da fange ich doch lieber was neues an die schon sind so genau die sollten jetzt auch schnell fallen dann ist kein problem ich habe ja genug verbündete dauert ein bisschen die befreien auch wieder alles easy peasy will ich sagen das ist das geht bei mir so hallo ich hier noch irgendwo truppen ach da wusste irgendwo noch steht da noch rum hat ich schon vermisst wird bei jemanden die diese angreifen sehr cool wo irgendwie nicht so ne ich bin auch ein haufe Kamburinzen okay dann habe ich schon das erholt ach hier unten in die Ecke war das stimmt wir haben das letzte Mal den Osmanen ein bisschen verdrängt stimmt ja aber diese Rebellen hier echt schlimm nö nö hab wieder Geld juhu dann darf ich das wieder machen 98 vergesse ich eh wieder oder 2 September ich mich kennen ich mich kennen ich vergesse ich doch eh wieder weil ich mich kennen bei der Kaffeepflanze juhu so macht man hier mhm die ollen griechen hier mhm mhm die ollen griechen hier hier mal sammeln bitte so hier mal sammeln bitte zur Torino ist so ich kann ich vielleicht schon so rausnehmen das super vielleicht noch Verträge aufkündigen mhm 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 wo macht soo 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 setzen wir da mal ein bisschen ach hier die Teil da fehlt noch die Festung ne die hab ich auch noch nicht besetzt aber sollte jetzt nicht das Problem sein ach da war sogar ne feindliche Armee sehr schön danke kann man die ins Reich einladen oder soo ich hab die auch keine äh ne ne der Nachbar wohin es das geht leider nisch soo oh wieder zu ab nach Kari Kratz soo Ring gewonnen soo kann man die leider nicht dafür sind sie einfach zu groß ist so ein bisschen das Problem können wir äh äh entlassen wir können Provinzen zurückgeben oh ja dringend flandern schweiz auch reicht noch nicht äh äh lass mal vielleicht nicht nirgeln mehr immer noch das ein Ding ein das wird es euch oder schüler wow okay krass das nenne ich mal ein Anführer lala was ist ein Haufen los ah er wird auch verfolgt so die zu unterwerben ist jetzt auch nicht wieder hinten weil wir gerade so auf dem was sie alles begehren und so dann ist ja ein beliebt Rebellen okay ich weiß sogar Württemberg rauslassen ne das wäre es natürlich nette Sache so wir ziehen uns schon mal zurück was denn ist hier oh oder gar nicht die erste Weltumsegelung und der Ding hat aufgegeben Moment September okay okay wenn man das merken kann bin gespannt und Brügge wenn schon mal alle hier da sind dann noch mehr ah es kommt von da unten okay ist mir auch recht die nächsten Astralische die kommen dann wieder hin raus bis zum letzten mal genau das war meine hier will doch Frieden schließen ich will ja keine Rekruten mehr ey das ist so belastend echt schlimm ich habe mir einen Haufen Einfluss äh meinung Bürger brüchten mal ein bisschen damit ich mal wieder das Publikum rausnehmen kann aber nö aber nö ok so jetzt Burgun gib mal die Provinzen zurück du Säckel das war's die kleine gemacht wieder was denn damit eigentlich das wird direkt ok wir machen es wieder schön zurückziehen so herr hier dinge nation entlassen in württemberg hätte ich gerne saal jetzt hin geht leider nicht wir müssen leider nicht mehr das machen wir können auch das zu machen ok da machen wir doch keinen dinge 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 ok wir tun wir den lieber da haben wir mehr von am ende ok oh die Falz hat dann keinen Nachfolger was denn da los können wir Lippenbergs sagen so herzwing jo mit dir auch die Falsche oh hey schön haben wir da oben alle er zieht sehr gut aus 74 70 in der Provinzen hinzu zwei stück ist irgendwie punkte in denen ich wirklich ne georgien oh wir können georgien tatsächlich den Krieg erklären Verweidung des Reis das ah weil das jetzt in zugefügt wurde ah was damit bei denen geht das nicht ne ok weil es keine Christen sind deswegen müsste dann nicht Ragusa gehen so boah hier sind dann zu groß ne wir können Frankreich ins Reich bringen die werden garantiert aber ok finden wir die Toskana nee Mantua Mantua wäre noch ein Ding Scana Tirol Frequenz ok in Genua ok ah Toskana ist ein bisschen größer ich verstehe ich verstehe gute Appel ist aber klein geworden könnte man wasalisierung, dann sich hier alles zurückholen wäre theoretisch eine Möglichkeit was kann man was analysieren könnte er anrechteriert lernen die ins reich holen und dann wird das hier mit drin wahrscheinlich müsste ich mal gucken september daran denken jetzt haben wir den achogen am hals mal gucken hier andere hier unten dann schauen wir mal die sind ja dann schön mit brittanien beschäftigt okay sie haben den mingen das so dass ja einfach die religion gewechselt ich glaube es ja nicht diese säcke die sich alle wie das hier wird wieder dings bums scheiß mit immer irgendwie vier die nicht richtig die hier ist okay sind nur zwei aber trotzdem es ist nicht nett dann sind gar nicht da kommen meine massen an verbündeten ich glaube den kann man runterziehen toulouse ist auch noch dabei sowas aber die orgische nationalisten kümmern sich da immer drum wäre cool oh ist denn hier passiert Moskau wurde aber auseinandergenommen ach du grüne Neune was können wir die alle ins reichen oh ja krass das ist geil fett ist nur geil hier ist sieht man auch silben so groß wenn man es nicht gerade selber spielt krass hat sie aber ganz schön zerlegt nicht jetzt moskau auch die klein genug leider nicht schade es ist gewesen leider nein leider gar nicht mit mir ein gerannt aber kein problem keine rekruten das ist nicht so toll 19.000 brauchst du hier ist man eigentlich mal die armee ein bisschen aufrüsten ne normalerweise kann sich jemand um die rebellen kümmern das wäre cool nimmst du mal da unten ne tisch ausgenommen georgien so hier eigentlich eigentlich ja nicht gut dass man da ein bisschen zeug sparen doch nicht also sehr umständlich hier passt das ja darauf geachtet also ok entscheidend schön noch die hauptschule einnehmen da müsste ja eigentlich auch ein reichs provinz werden oder so jetzt nur die anderen rauskriegen dann mach ich mal weg da so hier hinter müsste man das mal habe ich nicht aufgepasst da kann noch mal an mir ein so kostet und als hinkriegs das war nicht im reich aber ich konnte was hier so trotzdem ich krieg mir ja die andere noch dann irgendwie rein mein guck gehen so hat sich jemand darum gekümmert sieht es aus dann laufen wir mal noch die hinder was vergessen was der blöde glaube ich wieder und sprang gedacht vielleicht rausnehmen das ist sardinien katalonien so geben frankreich ist okay so das war es dann schon für die noch mal frankreich und so reich die religion erzwingen müssten hier oben ist drin okay und er mich jetzt etwas eigentlich sollte frankreich jetzt im reich sein aber irgendwie sind sie es nicht ach so müsste er hat irgendwie nicht funktioniert überlegt durchführen steuernamen steigen jede reichheit ein diplo immer während der reichstag das wäre doch so eine sache komme jetzt so oft geschnitten schon jetzt ist gedacht frankreich wäre im reich aber irgendwie das so gar nicht funktionieren ganz toll überhaupt sei sie noch sieht man so ein bist habe ich wieder so blöde stadt die nicht konvertiert ist ja nervig aber okay da kann man nichts machen wir keine truppen mehr eine gut ist ja wieder ganz toll war der handel in content aber jetzt war ja klar ich hätte gern noch das eine durchgemacht dieses reich zur von mir in dem wir entweder seine institution übernehmen und reichshafte erhalten eine enge in der dritte durch folge ist anschauen oder zum vorteil dass es macht erhält ok das könnte ich gar nicht machen weil hier die briten da nerven ist egal als wir versuchen noch eine folge werden noch eine folge aufnehmen glaube ich ich würde gerne noch die eine mission machen um die anschauen ich bin nur ein bisschen hier wünschen noch so mal gucken wie viel truppen hast 200.000 die da kann ich nicht so ganz mithalten wo könnte ich schon auch mal kurz die haben auch ein kaffee ja 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 ein bisschen mehr aber das kann ich überbieten tatsächlich ja kann ich einfach sollten aussehen das reicht würde das schon gehen mit befriedenen europa machen wir machen noch ein bisschen ich will das jetzt haben noch ich jetzt darauf haben wir vergessen müssen wir noch so ein paar ins reich schon in die ganzen kleinen das machen ja nicht gut das klasse nicht schon reichen wo man noch alle rein jetzt bin ich gut jetzt machen wir noch einen kleinen krieg für vielleicht jetzt haben wir die staatsseele mit gynäuburg gemacht man weiß es nicht kann es wieder ausgebrochen oscar macht nie mit weil schulden erweitern ist ich habe gar keine Schlotten da jetzt hier. Wow. Gar nicht. So, wie schnell kriegt man das hier hin? Ist jetzt die Frage, ne? Hier, Sand. Könnten wir noch reinholen, ja. Okay, das geht schnell. Wie man sich auch schön den Krieg erklärt, ja. Oh, die machen gar nicht mit da oben. Sehr gut. Finde ich gut. Oh. Nicht genug. Okay. Kleinkriege hierher, kann man ja schnell machen. Ach, wer ging jetzt verpasst. Kann ich nicht auch ins Reich bringen, aber ich könnte die Religion erzwingen schon mal. So, dann könnte ich hergehen zum blauen Horde. Haben wir die blauen Horde im Reich hier auch. Wie gibt es denn das jetzt? 1,7 Reichsautorität. Ja. Sehr geil. Ne, bin ich gut. Hier unten haben wir noch so sunnitische Provinzen dazwischen. Ja, mach die ganzen orthodoxen erst, ne? Ja, ist okay. Achso, Jaroslav haben wir jetzt gar nicht im Dingens drin, ne? Hier könnte man, äh, mit Rostow verbündet. Doch mal. Leskau und Rostow, plantiert von Schweden und so. Muss jetzt nicht sein. Dann greifen wir Leskau an. Also, machst du das mal. Ja, haben wir denn noch mit Bosnien? Das dauert noch ein wenig, ne? 16, 10, noch 10 Jahre. Nö. Die Burg gehen könnten wir noch. Da haben wir noch Waffenstecher mit 16, 5. Okay, das dauert. Okay, wir haben Rebellenmarkt. Okay, wir haben Rebellenmarkt. Blutd, sehr gut. Dann gehen wir da rüber. Leskau. Verwaltung des Reichs, immer her damit. Und nochmal Rostow, weißt du, schön mal. So, 19.000 bauen wir hier wieder. Guck mal, diese ganzen Truppen hier. Ja, Wahnsinn. Ja, sonst durch. Dann Finnwandel, Regulatspflege, Arbeiten des Reichs, Geld. Danke, tschüss. Und wieder einer mehr. Sehr schön. Ich habe einfach keine Rekruten, weil sie erstmal haben. Wie komme ich denn da ran? Gar nicht, hm? So schnell zumindest. Schade. Na gut. Kann ich dich so rausnehmen? Nee, leider nicht. Schade. Das ist ja schade. Okay. Dann würde ich wahrscheinlich nochmal Moskau auseinander nehmen. Vielleicht kann man ja dann gegen Perm irgendwie was machen. Wenn sie nicht drin sind im Reich ist Litauen, hm? Sein Punkt, ist halt ein bisschen viel. Oh, ein bisschen Bildungs-Kammer. Oder nicht alle besser, das soll. Das ist ja schade, dass wir jetzt kein Krieg bringen. wenn er zwingen das würde schon erreichen sehr wichtig ist toll gut dann würde ich sagen erst wieder schluss für heute also ich würde mindestens noch eine folge machen jetzt denke ich und dann gucken aber noch die eine mission durchbrücken mit dem immerwährenden reichstag sind wir ganz cool schauen wir mal ist dann dann fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschau tschau